Yamomo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen länger her, ich weiß, bitte nicht hauen. Aber ich hatte einen Kratzen und ich hoffe, es ist weg. Ich hatte einen Kratzen im Mikrofon, es hat mich wahnsinnig gemacht. Habe ich Sound? Ich habe Sound, okay. Alles klar, wollte ich nochmal kurz gecheckt haben. So, wir waren dabei, das Spiel zu enden. Es hat wirklich nicht mehr viel Spielzeit, glaube ich. Und ich guck mal ganz kurz. Ah, ja, wie immer, Controllerproblem. Ich weiß nicht, welchen Topf ich drücken soll und das Spiel ist irgendwie abgekackt. Ah, okay. Also, schöne neue Welt, oder? Spezial. Achso, Supermodel Zero machen wir nicht. Schöne neue Welt. Während du die Kontrolle über die Hope übernommen hast, hat Sophia Arcan D. ein Team losgeschickt, um Phineas Welles gefangen zu nehmen. Sie waren erfolgreich und er wurde zum Gefängnisplaneten Tartarus transportiert, damit Sophia ihn persönlich befragen kann. Unglücklicherweise entkam Phineas kurz nach seiner Ankunft, zettelte einen Gefängnisaufstand an und hat Sophia zur Geisel genommen. Nun liegt es an dir, sie zu retten und Phineas zur Rechenschaft zu ziehen. Oh, oh. Das ist ja eigentlich schon genial. Ich meine, wir haben jetzt Phineas verraten. Und ich wette, wir bekommen jetzt noch eine Chance, das Ganze wieder wettzumachen. Ich frage jetzt, will ich das oder will ich das nicht? Wir werden sehen. Na gut. Schauen wir mal, wie es vorangeht. Ah, Tartarus, da wollte ich doch sowieso immer hin, ne? Stimmt. Ne, Tifon, stimmt. Ich wollte zu dieser Geschlechtskrankheit. Ähm, und da waren wir auch noch nicht. Tartarus. Und da waren wir auch noch nicht. Ich dachte, das Spiel ist fast vorbei. Wir waren auf drei Viertel der Planeten noch nicht. Na gut. Du bist kurz davor, deinen Angriff auf das Labyrinth auf Tartarus zu schaden und das Schicksal der Halcyon-Kolonie zu entscheiden. Wenn es doch etwas gibt, was du erledigen willst, solltest du es jetzt tun. Wenn du erst einmal das Gefängnis betreten hast, gibt es kein Zurück. Möchtest du fortfahren? Ich möchte auf die Geschlechtskrankheit. Und, äh, Hephaistos war ich auch... Was? Warum? Warum? Vielleicht gab es irgendwann mal so einen Zweig, dem wir hätten gehen können. Und ich habe mich dagegen entschieden. Das kann sein. Ja gut, ups. Ich schlag aber noch mal mit dem Mikro gerne. Er hat es einfach verdient. Da! Seht ihr es? Er bewegt sich einfach so. Na gut. Möchtest du speichern? Ja, dann speichern. Komm. Auf nach Tartarus. Keine Ahnung, was uns erwartet. Das scheint so eine Art Gefängnisplanet zu sein. Logisch. Aber wie will denn... Wie will es da ausbrechen? Ja. 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 Das Interieur kann chillig sein. Geh mit dir einen Schaaf, Kapitän. Ich würde auch fragen, dass du deine Kapitän-ID mit mir verlassen. Im Moment, dass du nicht zurückkriegst. Sprichst du mir nicht ohne mich abzuhauen, als ob. Also, seit Jahrhunderten ist auf diesem Planeten nichts passiert. Kein Schwein ist abgehauen oder kein Schwein konnte abhauen. Und da kommt Welles dahin und zettelt plötzlich einen Aufstand an. Das wage ich aber zu bezweifeln. Ja gut, das ist ein Spiel. Was willst du machen? Ich bin schockiert. Willst du mir allen Ernstes sagen, dass revoltierende Häftlinge deine Autorität etwa nicht anerkennen? Ich liege auf Kasmus. Es ist nicht so, dass ich sie oder so etwas torturte. Das war jemand anderes' Job. Du musst uns helfen. Bitte, töte sie. Summere Justiz für die ganze Menge. Ich bin durch. Bist du aus deinem Geist? Die Tiere werden uns entfernt. Oh Gott. Du wirst wirklich, nicht wahr? Alles klar. Alles klar. Wenn ich sterben werde, wird es wie ein stolzen Arbeitnehmer des Boardes sein. Ich sehe dich im Feld. Tartarus Sicherheit aus. Transmission terminatet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, bis später, Ada. Flieg nicht ohne mich. Wäre echt nett. Sehr schön. Wenn das jetzt wirklich das Ende ist, was sollen diese anderen Planeten? Sind das DLCs? Ich meine, das Spiel ist seit einiger Zeit draußen. Ähm. Vielleicht gibt es auch noch DLCs. Mal gucken. So. Ich nehme natürlich keinen mit. Hä? So. Weiter. Ich habe doch schon Leute, die sterben. Einer reicht doch, der stirbt. Hä? So. Das ist also Tartarus. Sieht jetzt nicht so aus, als würde hier voll die Apokalypse stattfinden. Warte, sind wir in Tartarus? Restricted Access? Was? Ich bin die Verstärkung. Hä? Oh, das ist meine Verstärkung. Apropos. Äh. Wartet nochmal, Jungs. Ich muss mal kurz meine Waffen angucken. Bitte doch nicht sterben. Na, genau. Wie wechselt man nochmal? Leute, bitte doch nicht so schnell sterben. Ich habe vergessen, wenn Waffen wechselt. Ah. Okay. Ihr dürft jetzt sterben. Tuch! Was ist das? Schau sie runter! Sie sind in Tartarus. Und die kommen ohne mich nicht klar. Alles klar. Ich sehe nicht mal jemanden. Und auf ihn schießt hier. Hallo? Ja, ihr macht das schon. Bist du ein Gegner? Ich muss endlich mal was machen. Die haben mal Angst, weißt du? Am Arsch. Warte, seid ihr Gegner? Ihr seid Gegner. Ich darf auch was machen. Zack! Äh, lebt die noch? Die lebt noch. Ich sollte aufpassen. Ich habe auch nicht geschlafen. Oder kann das sein? Ich habe Hunger und alles. Ach du Scheiße. Ich achte ja auf gar nichts mehr. Naja. Essen wir mal kurz was. Ähm. Habe ich überhaupt was zu essen dabei? Ich habe hier ein paar Bananen dabei. Ich glaube nicht, dass das was hilft. Okay. Ich habe eine Menge Durst, aber ich bin kaum müde. Das ist sehr schön. Damit kann ich leben. Ähm. Hier. Ein bisschen Purpleberry Punch. Dann ist das wieder fit. Jetzt ziehen wir uns noch ein bisschen rohes Fleisch rein. Weil, warum nicht? So. Und jetzt gehen wir in den Schleichmodus. Und jetzt zerplatzen ein paar... Köpfe! Weg da! Stopp! Das war überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet. Na gut. Neuer Versuch. Hier drin. Weil ich kann nicht speichern. Ich könnte jetzt zurück zu meinem Schiff. Und einmal kurz speichern. Aber das kriege ich auch so hin. Ich bin Profi. Ah, ich wollte noch essen. Das hat sich ja nicht gespeichert jetzt. Okay. Jetzt ziehen wir uns erstmal die Banane rein. Weil die einzeln ist. Dann ein bisschen Fleisch. Und Purpleberry Punch. Was habe ich getrunken? Lemmeln. Okay. Alles gut. Ich habe mich an der Nase gekratzt, weil ich meinen Controller benutzt. Okay. Zu Preis! Okay. Er ist weg. Er ist weg. Alles gut. Wir sind safe. Hier kann man nix machen. Dietrich ist super gut. Hohohoho. Das sind Zigaretten. Eine Liste mit Passwörtern für etwas namens ARR. Es gibt drei Spalten. Aber nur eine ist nicht durchgestrichen. Das heutige Passwort der Liste ist eins. Erkande. 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 Das kann ich mir noch merken. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich es mir nicht merken muss. So. Bevor uns nochmal so ein Malheur passiert wie gerade eben. Ähm. Ging es hier noch lang? Äh. Ging, tu es schon. Wir hocken uns jetzt hier hin. Gucken mal ums Eck. Warte. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh. Muss ich etwa hier rein? Oh Gott. Oh Gott. Hallo? Keiner hier? Okay. Oh. Fahrstuhl. Bitte mit Ladescreen. Bitte. Bitte. Scheiße. Ich brauche eigentlich einen Ladescreen. Shit. Ja. Speichern ist überbewertet, Leute. Sterben ist in. Oh, ich sehe hier so viele Gegner aufploppen. Okay. Gar kein Problem. Easy. Guckuck. Ach du Scheiße. Hier ist alles voll. Okay. Hier ist ja noch keine Restricted Arena, ne? Äh. Oder Aerial. So. Ähm. Das heißt, ich kann ja hier noch rumlaufen. Hier komme ich nicht durch. Da ist eine Tür, die würde mich jetzt nicht mehr verletzen. Aber ich zweifle immer stark, dass die aufgeht. Kann ich hier rüber? Nein. Ich denke nicht, dass die aufgehen wird. Hm. Die Frage ist, durchprügeln oder durchschleichen? Sublight ist gekommen. Hey, Kind. Ein kleiner Pferd hat mir gesagt, du könntest unsere Hilfe benutzen. Ich habe gesagt, ich habe dir einen. Und ich paye immer meine Geld. Ich habe einen. Ich vermute die Antwort ist durchprügeln. Aber ich habe Freunde. Alles gut. Habt ihr das gesehen? Oh. Was? Durch den. Ah, Gully, tut mir leid. Ich wollte dir das nicht antun, aber ich muss mal wieder. Habt ihr das gesehen? Ich habe den zwei Headys, zwei Headys habe ich den verpasst. Und die hat mich umgebracht. Das ist hier fast wie Battlefield. Okay, wir laufen rein und verstecken uns. Sublight macht den Rest. Toller Plan. Finde ich auch sicher, finde ich auch. Aber ein bisschen Schaden kann ich anrichten, ne? Das ist ja gar kein Problem. Hallo. Dann wechseln wir die Waffe. Oh, das sind viele Ausrufezeichen. Sublight, bitte. Oh, euer Auftritt. Oh mein Gott, die kommen nicht. Sie kommt nicht. Okay, Sublight kommt. Wir sind am Arsch. Oh mein Gott. Sie sind hier. Sie sind hier. Hoch. Jetzt stirbt. Nein, bitte nicht. Sei dumm. Sei dumm. Danke. Oh, okay. Es tut mir leid, aber. Ihr fallt mir in den Rücken. Okay, Sublight, jetzt könnt ihr kommen. Alles ist sicher für euch. Sublight ist gekommen. Ja, danke. Ein kleiner Pferd hat mir gesagt, dass du unsere Hilfe nutzen könntest. Ich sagte, ich habe dir einen. Und ich habe immer meine Geld. Weißt du, ich habe die Hälfte von dir schon weggebetzelt. Ich habe mir zwar dabei in die Hosen gemacht, aber ich habe sie weggebetzelt. Ist hier nur irgendjemand? Ach, guck mal da. Der, der merkt gar nicht, dass angegriffen wird. Weißt du was? Hier. Viel Spaß am Himmelsrand. Okay, das hat nichts gebracht. Oh. Alter, Sniper. Will ich dann kommen? Nein. Genau, ich lock sie an und ihr tötet sie. Und Leute? Wollt ihr nicht mehr was tun? Wofür habe ich euch eingestellt? Oh Gott, ich bin fast tot. Hättet ihr nicht... Richtig gut gefallen, finde ich auch. Leute, es ist... Ihr seid wahre Helden. Auf euch kann ich mich verlassen. Ich bin nur ein bisschen angespannt. Okay, ich sehe drei Markierungen. Vier. Einer ist hier ums Eck. Ne, zwei sind hier ums Eck. Und zwei müssten da hinten sein. Da. Okay. Bist du der letzte Überlebende? Ei, ei, ei. Uh. Ich sehe nichts. Nicht wahr. Zero, finde. Oh. 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 Nein. Bitte mich nicht. Bitte mich nicht. Bitte mich nicht. Oh. Der andere hat zugeguckt, wie ich sterbe. So. Wir gehen jetzt hier unten lang. Das war Nummer eins. Das war Nummer zwei. Wo kommst du denn her? Da ist noch ein Weg. Da ist ein Weg. Ach so. Ich dachte, das wäre wieder so ein Keller. Ich hatte Hoffnung. Sublight has arrived. Hey, kid. A little bird told me you could use our health. I said I... Braucht eure Hilfe nicht. Komm, ohne euch besser klar. Fast hätte ich einfach nur euch erschossen. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich einen von denen angeschossen hätte. Nein, nein, nein. Leute, da ist ein Gegner. Der kommt direkt auf mich zugelaufen. Und ich treffe ihn nicht. Oh. Danke. Fast alle Tauern. Na ja, geht so. Das Problem war, die sind gerade angekommen, als ich jemanden angeschossen habe. Und hätte ich einen von denen angeschossen, die hätten mich über den Haufen geballert. Oh, das wäre Frustrationslevel 5000. Leute. Hinten euch. Hinten euch. Jetzt tut was für euer Geld. Ich werde mutig, wenn die in der Nähe sind, ne? Das ist nicht gut. Okay. Die gehören zu mir. Alles in Ordnung. Du aber nicht. Die Hitbox ist echt. Leute. Die kommen hier angestürmt. Seht ihr das? Da. Das sind Gegner. Die müsst ihr über den Haufen ballern. Gut. Die schlausten sind sie nicht. Mit der Shotgun von Weitem auf mich ballern. Alter. Supply-Schläger. Der schießt dich an. Sag mal. Da kommt der Nächste. Ich gehe los. Und dann wundern sich alle, warum ich sterbe. Ey. Die laufen nebeneinander. Nebeneinander laufen sie. Ich will speichern. Nein. Ich will einfach nur speichern. Ich brauche diese ganzen Ressourcen scheiße nicht. Ja. Oh. Danke. Die sind nicht zufällig in der Gewerkschaft oder Streiken gerade. Ist gut möglich. Vielleicht ist das nur ein Trick von Sublight, um mich zu töten. Kann ja auch sein. Die denken sich, wir laufen da jetzt hin und sagen, wir helfen dir. Aber dann stehen wir nur rum und lassen ihn töten. Wir haben jetzt gespeichert. Das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen mutiger werden. Wobei mein Angepisst-Level schon ziemlich hoch war gerade. Man hat es, glaube ich, gemerkt. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Wieso haben die eigentlich so eine Maske auf? Alter, ich wollte, ich wollte die Kiste anschießen. Okay, hab nichts gebracht. Also nicht wundern, warum ich gerade so viel Leben habe. Hallo. So. Das muss jetzt sein. Es tut mir leid. Für alle unter 18, guckt weg. So. Das erinnert mich daran, dass der nächste Halo-Teil bald rauskommt. Und ich gerne im Stream Halo 1 bis 5 nochmal auf Legendär spielen möchte. Einfach nur um die Archive mitzusammeln. Und ich gerne im Stream Halo 1 bis 5 mal rauskommt. Okay. Wir müssen... Wer bist du denn? Der hat den Schuss auch nicht gemerkt, oder? Gucken wir erstmal kurz hier in die Tür rein. Also.